Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Night of the Dead hier auf GarnemirTV. So, es ist soweit. Tag 24, Stunde 0 steht bevor. Die 24. Horde, beziehungsweise die 24. Nacht. Ich hau mir mal hier einmal so ein Buff Food rein. Das andere habe ich gerade gar nicht mehr zur Verfügung, sehe ich gerade. Das ist aber nicht schlimm. So, und da geht es auch schon los. Wir schalten direkt mal die unteren... Ne, wir schalten alle drei an. Oder? Ne, wir warten erstmal noch. Die Riesen, die kommen ja sowieso immer erst um 1, soweit ich da weiß. Dann haben wir da noch ein paar Sekunden Luft. Es hat alles gestartet. Tag 24, Stunde 0, die Welle hat begonnen. Ich bin echt gespannt. Also, ja, es wurde ja irgendwann in den Kommis mal gesagt, dass eigentlich sechs Riesen kommen sollten. Es wurde aber in den Kommis auch schon gesagt, dass hier einiges gerade wieder schief läuft, was die Zombies angeht. Ich bin echt gespannt, was da jetzt gleich kommt. Ob da sechs oder drei von den Großen hier antanzen. Schauen wir einfach mal. Warten wir den ersten Schwung mal ab. Ich sag mal, mit den zwei Plasma-Schockern dürfte von dem normalen Zombie-Gedöns, also leichte und schwere Zombies, eigentlich überhaupt gar nichts mehr durchkommen. Ich habe hier, ja, reichlich Benzin drin. Und hier haben wir jeweils noch 450 Schuss in den Dingern drin. Das wird wohl genügen für die Nacht. Katapult ist vollgeladen. Wir haben 75 Raketen und in jedem Mörser mindestens 60 Schuss drin. Also selbst wenn sechs Riesen-Zombies kommen, gehe ich mal davon aus, dass das trotzdem hinhauen sollte. So, sie kommen von links und von rechts natürlich. Beide Seiten heute. Das ist ja mittlerweile schon fast immer so. Alter. Zwei Plasma-Schocker. Das macht schon Laude. Ich bin auch echt gespannt, ob die eine Batterierutsche hier hält für die beiden. Aber es sollte alles funktionieren. Krass. Die Klumpenbildung ist auch schon viel, viel besser geworden. Jetzt kommt ein richtiger Schwung rein. Mal gucken, wie das sich gleich verhält. Ja, das Ding ist halt, die werden auch ausgedünnt schon von vornherein. Also, ja, gucken wir mal. FPS ist aktuell bei 18. Da kommen die ganzen Balkenwerfer noch reingeschneit. Die arbeiten synchron tatsächlich, die beiden. Ei, der Daus, das war natürlich Soße. Ja, lehob. Ja, aber guck mal. Das läuft ja wie ein Länderspiel. Da ist ja nichts mehr übrig schon. Guck mal, für die kleinen Zombies lösen die Plasma-Schocker gar nicht erst aus. Aber ist ja nicht schlimm. So ist es ja auch eingestellt. So soll es ja auch sein. Irgendwas müssen ja die Schredder hier vorne auch noch machen können. Nein, den treffe ich nicht. Treffe ich nett. Es kehrt gerade Ruhe ein. Das ist ja interessant hier. So, komm, dann looten wir schon mal ein bisschen. Gucken wir mal wegen Reparaturen. Da sieht soweit alles gut aus. Also, es ist doch schon eine ganze Menge, was da reinkommt. Das kann man nicht anders sagen. Hm. Okay. Batterien haben noch Puffer da oben. Das sieht also alles ganz gut aus. Also, das ist tatsächlich merkwürdig, dass hier jetzt ewig nichts kommt. Ich meine, wir räumen die mittlerweile schnell weg durch die Plasma-Schocker. Aber so schnell, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Da ist irgendwas, muss da nicht in Ordnung sein. Okay, aber es ist auf jeden Fall jetzt der Zeitpunkt gekommen, dass ich die Riesenwaffen dazu schalten will. Aber wer weiß, da brauchen wir ja nur gleich einen Hunter irgendwie mal böse ranziehen im falschen Moment. Dann kriege ich die Grütze hier nicht angeschaltet. Gucken wir mal, dass wir das alles an den Start kriegen. Hallo? Joa. Ein Uhr. Ich bin gespannt. Zurücklehnen und Kaffee trinken. Loy. Seht ihr die beiden da hinten? Hallo, hier bin ich. Interessiert die nicht? Auch anschießen hilft. Aber das kann doch nicht alles sein. Oh, jetzt geht es los. Da vorne. Da vorne. Steht der jetzt da an der Waffe dran? Ne, da hinten ist er. Und er ist schon tot, glaube ich. Aber es scheint noch was zu sein. Lass uns mal eben rüberlaufen. Ja, zwei Stück sind da. Oh, der eine kommt sehr nah. Das gefällt mir nicht. Also scheinen drei Stück da drüben zu sein. So, den ersten hat es zerfetzt. Den zweiten, glaube ich auch. Der dritten ist da noch mehr. Da kommen jetzt doch mehr. Aber sonst nichts, ne? Wo sind denn die anderen alle? Ne, hier komme ich ja gar nicht raus. Er steht da auch nur stumpf rum. Also hier liegt ein Sack. Jetzt kommt er. Jetzt sollte ich auch hier weggehen. Weil sonst kriege ich gleich auf die Nase. Na, Raketenwerfer aus der Munition raus. Ah, ne, doch nicht. Ah, jetzt schießt der Raketenwerfer wahrscheinlich gleich mein Mörser kaputt. Gehen wir einmal kurz bei meinem Mörser alles reparieren. Ja. Also ich würde jetzt schon fast sagen, irgendwas ist hier an der Rorde kaputt. Das kann doch nicht angehen. Ich meine, gut, die drei Riesen sind jetzt gekommen. Aber mehr auch nicht. Das war es dann schon wieder. Irgendwie komisch alles. Okay. Ah, wobei der Mörser selber hat gar nichts abgekriegt. Nur die Platten hier. Und die auch nicht wenig. Aber mehr gibt es hier nicht. So, da sind noch ein paar Balkenbobs. Ja, guck mal. Die stehen da einfach dumm in der Gegend rum. Interessieren sich null. Du auch. und das war's schon wieder alles leer wahnsinn ich habe jetzt gerade geguckt also der letzte hotfix ist nach wie vor vom 22 oktober da muss also danach irgendwas noch gekommen sein was sie gar nicht angekündigt haben was die zombies irgendwie kaputt gemacht hat oder es liegt tatsächlich an meiner bauart dass ich hier irgendwas gemacht habe was die zombies verschreckt aber gerade kurz gedacht der mörser hätte sich bewegt aber sah nur so aus so jetzt kommt wieder ein ganzer schwung so das dürfte einigen jetzt das leben kosten hier ja also der eingangsbereich ist übelst geil kann ich mich nicht beschweren jetzt auch mit den beiden plasmashockern da drin es läuft wie ein länderspiel sind auch nur normale die da jetzt kommen jetzt kommt auch ein schwerer ja gut dann ist der plasmashocker gleich aus dann ist das auch alles weg was da drin steht geil sache erledigt ich gehe mal wieder looten irgendwie habe ich gerade nicht den eindruck dass da noch was kommt ne melodie ist durch und inventar ist voll gut oh da kommt noch ein nachzügler aber die welle ist auf jeden fall zu ende die melodie ist weg ja liebe leute ich würde an dieser stelle sagen es ist soweit die stapel endet weil so wie es aktuell ist es ist keine wirkliche herausforderung null und wir spielen auf schwierigkeitsgrad überleben die größte herausforderung die ich jetzt schon seit einigen nächten habe ist dass man inventar ständig überfüllt ist das kriege ich zwar gelöst indem ich ein paar kisten hinstelle habt ihr mir auch in die comics geschrieben aber das war noch nie so meins so richtige lagerorganisation deswegen spiele ich zum beispiel auch so gerne arg weil es da diese s plus mod gibt ja aber an und für sich vom spiel hier ich finde es nach wie vor geil aber jetzt ist gerade so ein bisschen die luft raus habt ihr vielleicht auch schon gemerkt die letzten folgen war noch mal so ein bisschen mehr troll und quatsch dabei hier mit brechstange und so weiter es ist jetzt aktuell wirklich die luft raus die horde nächte sind auch nicht mehr so wirklich spannend geworden im gegenteil ich habe irgendwie das gefühl dass die stark abgenommen haben ich weiß nicht woran es liegt aber ich kann mir nicht vorstellen dass der aufbau jetzt mittlerweile so geil ist dass da gar nichts mehr geht und selbst wenn dann dann habe ich es ja im prinzip besiegt ich sage mal jetzt hier noch bis vorne 50 abzuwarten ich glaube das schaffe ich auch von der rechner performance her gar nicht und ich sehe es auch an den zuschauer zahlen die werden auch von folge zu folge weniger also habt ihr auch nicht mehr so wirklich bock auf das spiel und deswegen ist jetzt die einzig logische entscheidung zu sagen staffel ende wir haben jetzt aktuell am laufen satisfactory subsistence und seit diesem wochenende ja auch icarus schaut da einfach mal vorbei ich bin mir sicher da ist für den einen oder anderen auch definitiv wieder was dabei und hier bei night of the dead wird es dann definitiv weitergehen wenn das neue update rauskommt schauen wir mal ob das dann ja wie viele neuerungen dazu kommen also wegen irgendwelchen hot fixes oder so werde ich jetzt nicht noch mal starten aber sobald wir noch mal eine neue richtige veränderung haben mit neuen fallen und so weiter dann bin ich auf jeden fall dabei ich werde den spielstand mal beibehalten mal gucken was ich eventuell mache wenn irgendwelche hot fixes oder kleinere änderungen noch kommen dann mache ich vielleicht mal ein live stream ein zwei tage also in game tage wo wir uns dann zusammen noch mal die ganzen sachen angucken können die neuerungen die dann kommen und wie gesagt bei einem größeren update wird hier wieder eine staffel starten dann bedanke ich mich bei euch allen fürs zuschauen dass ihr dabei wart hat mir sehr viel spaß gemacht wenn es euch gefallen hat und ihr mehr von mir sehen wollt lasst mir auf jeden fall gerne ein abo da ein like würde mich auch sehr freuen und dann wünsche ich euch alles alles gute bis zum nächsten mal hier bei night of the dead macht's gut tschüss